Ich habe ein Video gesehen und zwar ging es darum, ich weiß nicht, ob es ein Lifehack oder ein Gadget ist, ich finde, es ist beides, da wurde sich aus einer Plexiglasscheibe ein Splitterschutz für die Stichsäge gebaut. Finde ich ziemlich nice. Ausriss wurde damit krass minimiert und deswegen will ich das auch haben. Und dann werden wir mal gucken, wie sehr sich der Ausriss dort minimiert. Also, Plexiglass habe ich am Start und dann fangen wir mal anzubauen. Los geht's! Was ist es jetzt? Gadget oder ein Lifehack? Kriegt trotzdem 9 von 10 Punkten, egal was es ist, weil ihr seht ja wirklich ganz klar, hier mit Pendelhub einmal ohne die Abdeckung und hier mit Pendelhub mit der Abdeckung. Gerade auch im Kurvenschnitt, super nice, echt schön, gerader, cleaner Cut, so wollte ich es sagen. Aber 9 von 10 Punkten, weil ihr immer auf die Sägeblattstärke achten müsst. Damit ihr wirklich komplett keinen Ausriss habt, müsstet ihr mehrere Platten haben für verschiedene Sägeblattstärken. Das immer so umschrauben, machen, tun. Also, ciao!